Hallo liebe Läuferin! Schön, dass du auf unsere RP-Kurztheit aufmerksam geworden bist. Damit du dich beim Laufen auch wirklich in deiner Haut wohlfühlen kannst, wurde die Hose mit sehr elastischen Materialien ausgestattet. Dadurch ist das Material sehr anschmiegsam und macht jede deiner Bewegungen optimal mit. Wenn wir beim Laufen in Schwitzen geraten, dann kann die Funktionsfaser ihre Aufgabe erfüllen und dafür sorgen, dass die Feuchtigkeit nicht am Körper bleibt, sondern sofort nach außen weiter transportiert wird. Wenn du dich fragst, wohin mit meinen Laufutensilien, dann findest du die Lösung in der Reißverschlusstasche auf der Rückseite der Hose. Mir persönlich gefällt diese Kurztheit besonders gut, weil sie extrem weich und leicht und dünn ist und ich sie mit all meinen Lauftextilien super kombinieren kann. Du bekommst die RP-Kurztheit in deiner Runners Point Filiale oder hier im Onlineshop unter www.runnerspoint.com Vielen Dank! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020